Untertitelung des ZDF, 2020 sind die vielen Aufstritten geworden und dabei doch ganz sie selbst geblieben. Vor mehr als 20 Jahren schrieb die damals knapp 60-jährige Schwester Liliane Juchli, ich spüre die Freude und Vehemenz, mit der ich am Steuer des Schiffes Pfleger gestanden bin. Aber ich spüre auch, dass es Zeit ist, von diesem Steuer wegzutreten, weil längst jüngere Kolleginnen und Kollegen an der Arbeit sind. Aber die Kolleginnen und Kollegen liessen sie nicht so schnell ziehen. Sie ist eine der beeindruckendsten Pflegefachfrauen, die viele Pflegende geleitet hat auf den richtigen Weg mit ihren Gedanken, mit ihren Lehrbispielen. Das ist für mich quasi so die Florene aus Leintigel von heute. Es ist ein Leuchtturm, eine Leuchtfigur. Und mit ihren Büchern hat sie natürlich unerhörte Verbreitung von ihrem Verständnis von der Pflege und aber auch von ihrer Fachkompetenz der Pflege in ganz weite Kreise von der Pflegenden international im deutschsprachigen Raum gebracht. Also, Bücher, meine Bücher, da muss man schon hoch, das sind hier oben, das Krankenblattbuch. Bis zur Achtenauflage habe ich es selber gemacht, ab hier habe ich es dem Timi-Verlag übergegeben. Und die ganzen anderen sind noch die Bücher, die ich einfach Vorwörter oder Grüsswörter oder einzelne Kapitel drin habe. Der Anfang ist das hier. Die Krankenpflege ist nichts anderes als ein Handbuch für unsere Schülerinnen, noch von Hand von Schreibmaschinen geschrieben und Zeichnungen, ja, noch ganz fast ein bisschen naiv, von auch von Hand gemacht und das Buch hat 300, 400 Seiten gehabt. Und schon gleich sind Kolleginnen von Deutschland hierher gekommen und haben gefunden, sie nehmen das Buch mit und dann haben sie die ganze Pflege. Wenn man sich das so überlegt, die ganze Pflege in 300 Seiten. Die Timi-Verlage ist dann aufgetaucht, weil die Pflegenden gefunden haben, wir haben ja nichts und da ist etwas, also soll er als Fachverlag das übernehmen. Die Timi-Verlage hat dann das Deltgeil übernommen und dann ist einmal eine erste Auflage gekommen. Dass das nachher mein ganzes Leben beeinflusst und, ja, verändert, das hätte ich mir da auch nicht vorstellen lassen. Ich glaube, ich hätte es nicht gewollt, reinzusteigen. So, das ist so ein Stück, das ist die Jubiläumsausgabe, die dann noch ein bisschen besonderes gestaltet worden ist. Wir freuen uns sehr und fühlen uns gleichzeitig geehrt, dass wir Schwester Liane Juchli als Ehrengast begrüßen dürfen. Sie ist eine der bekanntesten Pflegefachfrauen der Gegenwart. Würden wir ihre Bücher nebeneinander stellen, so ergebe sich eine Wegstrecke von ungefähr 250 Kilometer. Sie wird zu Recht als eine Bionierin für die Pflegeberufe bezeichnet. Denn sie prägte entscheidend die Auffassung von Pflege, indem sie sich konsequent für ein neues Pflegeverständnis einsetzt. Ich denke, wichtig ist der ganze Prozess von diesen Büchern, weil diese Bücher an sich schon ein Stück Pflegegeschichte sind. Das merkt man schon an den verschiedenen Titeln, wenn man das anschauen würde. Zentral ist natürlich der Übergang von dritten zur vierten Auflage, wo ein rechter Bruch passiert. Ja, da war dann die absolute Faszination in Deutschland ausgebrochen. Ja, nicht nur Faszination, du. Das war eher Revolution. Ihr kennt das nicht mehr, aber vielleicht habt ihr davon gehört, dieses Diagnose-Symptom-Therapie-Pflege. Kennen es einige noch? Also eine Linie. Und weil wir dann mehr Erkenntnisse hatten, psychische Betreuung, hat man einfach die Linie verlängert. Dann Soziales und irgendwann kann man ja nicht einfach die Linie verlängern. Und gleichzeitig hat sich auch in der Gesellschaft, in der Welt generell, das Denken so ein bisschen gewandelt. Damals gab es die Bücher zum Paradigmawechsel. Das hat mich fasziniert. Und irgendwo hat, ja, ich denke, das war in dieser Zeit verbunden. Natürlich, es kommen immer Dinge zusammen. Ich war Schulleiterin und habe als Schulleiterin die dritte Auflage noch geschrieben. Und ich habe irgendwo gespürt, das geht ja nicht. Ich war überfordert, eine Schuleleiterin. Ich habe noch Akademie für Erwachsenenbildung gleichzeitig. Alles Mögliche. Ich war noch Dozentin an der Kaderschule. Die bietet die Auflage so nebenbei gemacht. Irgendwie, heute würdet ihr sagen, Burn-out-Syndrom. Ich hatte ein klassisches Burn-out-Syndrom. Also mit schwerer auch Depression und alles, was dazu gehört. Das Burn-out wurde Teil ihres Lebens und ihrer Geschichte. Heute hält sie Vorträge zum Thema und sie hat sogar ein Buch mit vielen eigenen Zeichnungen zu ihrer Depression veröffentlicht. Damals aber steckte sie in einem tiefen Loch. Sie arbeiten jetzt an einem von Ihren grossen Lebensthemen an der Pflege, der Depression. Was geben Sie den Leuten auch weiter? Sicher, das Wissen. Das ist ganz klar. Ich habe mich mit der Depression auseinandergesetzt, aber natürlich ganz viel von meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube sogar, dass man über Depressionen rein theoretisch abhandeln kann. Aber um was wirklich geht, da ist es auch ein Glück, wenn man selber auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Doch ich tue im Verlauf von so Abungen zu Depressionen immer auch das Thema Depressionen als Lebensgefühle. Es ist etwas, das wir alle kennen und ich dann auch dazu stehen kann, dass ich es selber auch erlebt habe. Wenn ich so blätterne in diesem Buch, so sieht man gut den Anfang der Depression, dann auch die Schwankungen vor allem. Das ist ja nicht etwas, was kommt und geht. Die Schwankungen, die schliesslich in eine unheimliche Tiefe hineinführt, wo man sich schon fragt, was jetzt. Und ich hatte ja das Glück, aus dieser Tiefe wieder ins Leben. Und mir hat noch sehr geholfen, ich habe es auch aufgeschrieben, was Goethe mal sagt, Goethe sagt ja, er sei ein Kriseler. Dass er immer wieder in so schwierige Situationen reinkam ist und dass er immer im Nachhinein dann ein Drama oder irgendetwas geschrieben hat. Und mir ist es eigentlich auch so gegangen. Ja, es ist so ein Bild zusammenfassend auf dem Weg. Die Mitte ist wieder da, das Schwimmenauge, das Gottesauge, die innere Lebenskraft. Obwohl das Kreuz noch da ist, es ist nicht mehr zentral im Vordergrund. Und sehr, sehr eindrücklich ist ja die grüne Kraft, dass es wieder angebunden sei als Leben, als Lebendige. Und nachdem die schwerste Zeit vorbei war, hat die Auseinandersetzung gekommen wie ein Witter. Bis und mit auch die Anpassung im Kloster, habe ich mich nicht stark auch angepasst, wo es nicht nötig gewesen wäre. Und es ist wie eine neue Freiheit, eine innere Freiheit. Ich würde sagen, ist entstand aus dieser inneren Freiheit auch eine Selbstständigkeit, auch ein eigenes Macht an. Und es ist gut, was ich mache. Das habe ich vorher nicht gehabt. Während ihrer Depression wurde die Familie ihres Bruders im Elternhaus sehr wichtig für sie. Hier ist sie aufgewachsen, damals, als Schwester Liliane noch Klärli hiess. Ja, ich war ja länger auch in der Klinik und in der Schule. Meine Schulleiterin, da redet man nicht so gerne darüber. Und ja, du warst die, die mich besuchen kam. Ja, die mich geholt. Ja, die mich geholt. Und mich heimgeholt. Ja, immer über die Wochenende. Es war ja lange Zeit, weil ich bin ja immer wieder zurück, immer wieder in die Arbeit. Es muss gehen, es muss gehen, es muss gehen, nochmals ein muss gehen. Und immer wieder ist es nicht gegangen. Es ist fast nicht mehr gegangen, ja. Auch miteinander hier sein, das spüren, es gehört zu der Familie, obwohl es im Kloster ist. Es ist, du gehörst zu unserer Familie. Und vielleicht auch, dass schwere Zeit auch Krankheit zum Leben gehört. Genau. Dass wir es akzeptieren müssen und es gehört dazu. Ja, ja. Und sie haben auch liebe Kinder. Ja, du hast wirklich auch liebe Kinder. Und sie sind natürlich sehr stolz auf das Klärchen. Unsere Klärchen. Ja, er vor allem. Schwester Lilian, unser Klärchen. Weisst du noch? Weisst du noch an der Hommage? Ja. Wo der Markus am Abend aufsteht beim Nachtessen und sagt, ihr müsst ja auch nicht meinen, die Schwester Lilian Sieg nur verpflegt haben. Ja. Weisst du noch, was er gesagt hat? Ja. Sie ist auch unser Tante Klärchen. Ja. Die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg im Jahr 1997 war nur eine von zahllosen Ehrungen, die sie in ihrem Leben erhalten hat. Das Wichtigste an diesem Preis ist ganz sicher auch das erste Mal eine Resonanz überkommen zu haben. Es ist gut, was du machst. Das Wichtigste an diesem Preis ist, für wann ich ihn überkommen habe. Ich habe ihn überkommen, sicher ist das Buch wichtig gewesen, aber ich habe ihn überkommen für den Dienst am Menschen. Und in Österreich wurde sie sogar mit der höchsten staatlichen Ehrung ausgezeichnet, dem goldenen Ehrenzeichen. Der Leuchtturm ist für dich ein Symbol geworden. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, was bedeutet für dich der Leuchtturm? Abgesehen davon, dass er einfach schön ist. Es ist ein schönes Gebäude. Es ist von der Symbolik her schon ein eindrückliches Bild. Der Leuchtturm ist ja zuerst einmal da für Menschen, die Orientierung brauchen. Für die Schiffe auf hoher See. Natürlich hat man unterdessen all diese neuen Computersysteme. GBS. Ja, was immer. Man ist nicht mehr so... Alles englisch und abgekürzt unterdessen. Nein, der Leuchtturm ist deshalb für mich so wichtig, weil er für uns Pflegende wirklich aussagt, worum es geht. Das Erste ist ja, er ist da für die Menschen, nicht für sich selbst. Er geht auch nicht den Weg, aber er will den Weg zeigen. Er will Orientierung geben. Er will auch Hilfe geben, den Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen in Not. Das Zweite aber. Wem nützt der Leuchtturm, wenn die Lampe nicht brennt? Und da sind wir dran. Dass wir dafür Sorge tragen, dass unsere Lampe brennt. Denn ausgebrannte Pflegende geben keine Wärme mehr. Und wenn man heute sagt, ja ganzheitlich pflegen kann man nicht in der heutigen Zeit, das haben wir vorhin auch angesprochen, dann würde ich sagen, man kann sicher nicht allen alles richtig machen, jederzeit. Aber was man immer kann, Moment, ganz da sein. Jetzt bin ich da für dich. Und das setzt natürlich auch ein Denken voraus. Und darum ist auch das hier noch entstanden, Vision oder Wirklichkeit. Was ist die Wirklichkeit mit der ganzen Entwicklung, die wir heute haben? Gibt es trotzdem Visionen? Und wenn ja, wo verhängen sich diese Visionen? Das ... Das Buch hatte ich eigentlich fast vergessen. Und erst in der letzten Zeit wurde mir wieder bewusst, weil eine Ärztin geschrieben hat, das Buch hätte ihr ganz Arztdenken verändert. Und dann habe ich es dann auch wieder mal in die Hand genommen. Es ist so ein Versuch, eben die Realität zu verbinden mit Fragen rund um den Menschen. Oder eben umgekehrt das, was mich anliegen ist, nicht aus der Wirklichkeit rausnehmen, sondern in der Wirklichkeit reinlassen. Gerne teilen die Juchlis Erinnerungen. An die Jugend und an das kleine Klärli, das bereits beide Seiten der späteren Schwester Liliane in sich trug. Aber ich bin neunjährig, bin ich da. Und ich denke, das hier ist die, die aufgeschlossen, die ist wach, die ist lebig. Das ist auch die, die im Schulzeugnis in dem Jahr heisst schwarz zu viel. Also so die, die sehr aktiv ist. Und das ist die andere Seite, wo ich denke, die gehört als Klärli. Ich denke, das ist wirklich die ganz andere Seite von mir. Ich bin einfach gerne in dem Kapellilin geköckelt. Ist Ihre Berufung dort entstanden? Ich würde sagen, Berufung ist ja etwas, das schon tief in uns drin ist, ohne dass man das zuerst einmal weiss und planet. Berufung? Das ist schwierig. Ich habe sicher schon als Mädchen später Missionszeitschriften lesen. Vor allem das, ich wollte die Missionen. Das war die erste Berufung. Die Missionen, die Entwicklungshilfe. Aber das konnte man damals nicht, als ich den Pfarrern gefragt habe, wie ich in die Mission sein kann. Dann muss ich ins Kloster. Und dort war für mich das Kloster noch kein Thema. Ich denke, das Kloster als solches ist erst gekommen, als ich 14, 15 war. Also wirklich in der Pubertät, wo ... Ja, so ... Heiraten? Nein. Nein, nein, so wie die Mutter lebt, will ich nicht leben. Das war einmal ganz klar. Ja, und was dann? Was dann? Sie ging doch ins Kloster und wurde Mitglied des grössten Frauenordens, der Schwestern vom Heiligenkreuz Ingenbohl. Der Orden war zentral für die Entwicklung der Krankenpflege in der Schweiz. Hier fand die junge Clara das soziale Engagement, das sie suchte, und wurde zur Schwester Liliane. Hier fand sie die Spiritualität, die ihr entsprach. Halleluja! Dizendlich! Gitarrenklang Sei unser Gott, der volle Welt in seiner Liebe leitet, hat deine Hand so wie ein Zelt hoch über uns gebreitet. Hier am Grab der Ordensgründerin wurde sich die junge Klara noch vor der Ausbildung zur Krankenschwester ihrer Berufung bewusst. Als ich dort am Grab gestanden bin, am Grab unserer Gründerin, Mutter Maria Theresia, habe ich spürt, dass ich hierher gehöre. Und ich habe gleichsam mit Mutter Maria Theresia wie in einen Vertrag eingegangen. Da bin ich, brauche mich für immer. Ich möchte den Menschen helfen, wie du ihnen geholfen hast. Und ich bin da für immer. Das ist so der allererstre Kontakt. Ich glaube, ich war etwa 17, ja, 16, 17. Mutter Maria Theresia hat auch solche Kernsätze hinterlassen. Und ein von diesen Kernsätzen, der mir sehr wichtig ist und der ich immer wieder auch brauche in der Arbeit mit Menschen, ist das Gramm Gold im Mitmenschenentdecken. Das heisst, jedem Mensch schlummert etwas Gutes, etwas Schönes. Und dass man so miteinander umgeht, dass man den anderen auch sieht als den, der das in sich trägt. Sein und Handeln wäre eigentlich da, wo mein Saal liegen ist. Und so sind die beiden als Erste entstanden im Zusammenhang mit dem Umbruch, mit der kleinen Revolution. Die gehören irgendwie dazu. Die anderen Bücher sind nachher der Eins und das Andere gekommen, je nach Thematik, die dann im Vordergrund war. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, was du in dieser Zeit auch geschrieben hast, wo ich eben auch vorher heraus zitiert habe, dass hier natürlich eben auch die Philosophie einen ganz, ganz großen Stellenwert in diesem Buch hat. Und ich möchte es allen Studierenden empfehlen, dieses Buch zu lesen. Man kriegt es noch ein Liter mit. Bücher schreiben gehört ja nicht zum Kloster letztlich. Wir schreiben keine Bücher. Aber irgendwann haben sie das dann zugelassen und das hat eben auch seine Eigendynamik bekommen. Ja, was mache ich jetzt? Kann ich dieses Buch herausgeben oder kann ich es nicht herausgeben? Und dann hat die Verantwortliche gesagt, ja, Sie machen ja sowieso, was Sie wollen, es ist ja schon da. Ich sage, ja, es sind halt auch Zwillinge. Und dann haben sie auch das gleiche Kleidchen eigentlich. Das sind meine Zwillinge. Bruder Otto ist seit Jahrzehnten ein enger Mitarbeiter von Schwester Liliane. Er hat tausende von Folien für ihre Vorträge und Kurse gestaltet. Ja, das ist gut. Jetzt musst du den unten noch machen. Wie die Perle in der Muschel. Das steht, der Text, den wir noch brauchen. Wie die Perle in der Muschel. Nein, Muschel. Ja, da haue ich noch ein bisschen zwischen dir. Ja, mach doch nicht. Muschel. SC. Muschel. Nein, Muschel. Ja. Das geht nicht Bescheid. Das gibt den Titel, ja. Jetzt holen wir die Muschel, die wir noch haben. Ja. Weisst du, wo die ist? Ja, ungefähr. Wir haben es ja schon mal gebraucht, das Bild. Ja. Das wäre noch nett. Ich wäre mir noch dankbar, wenn das funktioniert. Wir sehen hier die Muschel. Ein langes, langes Muschelleben lang hat sie daran gearbeitet, dass eine Perle wurde. Ihr kennt die Geschichte von der Perle. Und wie die Perle in der Muschel nur langsam gewachsen ist und wächst, so auch die Chance des Alters. Ihr seid so schön eingewurzelt. Geht euch gut. Und jetzt kommt der Auftrag, geh raus. Vielleicht versuche ich noch, mich zurückzuhalten. Irgendeinmal muss ich gehen. Aber ich kann nicht lange in diesem, soll ich, soll ich nicht bleiben. Das geht nicht. Ich muss. Die nächsten Schritte. Und jetzt, wie geht es mir? Geht es mir gut? Noch nicht ganz. Warum nicht? Weil du den einen Musch noch holen musst. Ja, genau. Ihr habt recht. Ich bin im Spagat. Und Spagat geht nie. Also. Und was passiert jetzt? Der nächste Wechsel. Kaum bin ich hier wieder, so ein bisschen daheim, kommt der nächste Ruf. Und schon wieder muss ich mich in dieses Spiel des Veränderns einlassen. Was so der Auftrag ist, in dieser Zeit, die ihr jetzt bekommt. Mein Ordensweg, meine Antwort auf den Ruf des Rufers. Jetzt. Die Aufgabe ist klar. Die Aufgabe ist klar. Stimmt's? Ihr geht mit diesem Blatt und euren Farbstiften, Filzstiften und gebt der Farbe. Ich hoffe, dass die auch farbig, also einfach mit Begeisterung. Da wird sie vielleicht etwas grauer. Bei mir ist sie da grau geworden, vorübergehend. Na, ja, sie hat wieder Farbe gefunden. Und spürt man nach, in welcher Farbe möchtet ihr das Alter leben und erleben. Alter muss nicht grau sein. Auch wenn ihr grau-schwarze Kleider trägt. Ich sage manchmal nur drei Worte. Bleiben Sie dran. Und wenn ich dann dieses Feuer in diesen Augen sehe, denke ich, ja, das ist es. Für mich ist die Hoffnung in der Pflege die jungen Menschen, die sich heute trotz diesen schwierigen Situationen aufmachen und pflegen wollen. Ich darf im Namen der gesamten Anwesenden dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Es hat uns sehr gefreut, sich mit dir zu unterhalten. Und es hat uns natürlich auch sehr gefreut, dir zuzuhören. Eine Faszination. Gibt es wirklich? Mal ganz ehrlich. Dian, herzliches Dankeschön. Danke. Danke. Schön. Ja, ja. Heisst Blumengeschäft. Und wir sind im Kerngeschäft. Also ich muss sagen, sie schafft einfach immer wieder das Feuer entfachen, dass man wieder neu begeistert im Pflegeberuf geht und dass man wieder einfach auch neu merkt, um was geht es eigentlich. Gut so, Andreas. Vielen Dank. Ich möchte es so beschreiben, es löst Gänsehaut aus, sie zu hören. Und sie hat heute auch beschrieben, wie man Feuer sozusagen nicht zum Älischen bringt. Was soll ich hier? Dranbleiben. Dranbleiben? Das würde ich sehr schön. Das schreibe ich gern. Also sie hat so die Herzlichkeit und die Wärme und einfach ihre eigene Begeisterung, die sie hat für den Beruf. Sie schwappt über und macht Mut, wirklich, um weiterzugehen. Und sie hat schon so viel miterlebt, was den Beruf betrifft, dass sie auch wirklich auch vorausschauen kann, was wir Jungen jetzt brauchen, wie wir jeden Tag ins berufliche Leben steigen. Und ich habe das Gefühl, sie spricht mir ein bisschen aus dem Herz. Sie ist mit 80 oder knapp 80 Jahren immer noch State of the Art, wie man so sagen kann. Also sie kann mit Sicherheit junges Publikum und junge Pflegekräfte und auch hoffentlich potenziell junge Pflegekräfte begeistern. Deshalb denke ich, ist sie ein ganz, ganz wichtiger Hoffnungsträger, auch für die Zukunft. Selbst wenn das Licht mal ausgehen sollte und man an sich selbst dran bleibt, dass es wieder angehen kann und dass es entfachen kann. Und ich habe ganz deutlich gespürt, wie es bei Frau Juchli immer noch brennt. Eigentlich könnte sie sich wirklich langsam zur Ruhe setzen, hier im Altersheim für betagte Schwestern, wo sie einst als Schwesternschülerin das Theodosianum besuchte. Hier, wo alles begann, wo die Idee zu ihren Pflegelehrbüchern geboren wurde. Aber da ist eben auch noch die Agenda. Sie haben eine Agenda wie ein Generaldirektor. Was machen Sie denn da alles? Also schon nicht ganz. Es sind... Einerseits sind es Tagungen, Kongresse, Seminar. Und andererseits, das ist vor allem hier vorabig, das sind die Fösterenkürze, wo vor allem drei über das Jahr durchlaufen. Für die Chancen ab 60, Chancen ab 70 und für die Pflegenden. Und dann auch Ordensschwestern. Im Gegensatz zu den anderen, die nichtfarbig sind, das ist dann in der grossen weiten Welt. Oder wo immer. Und im Übrigen sind es vor allem Tagesseminare oder eben Kongresse. Und zum Teil schon hier und da, wie hier zum Beispiel, ist auch eine Abendveranstaltung in einer Frauengruppe. Das hier ist im Universitätsspital, das ist eine Gruppe von Pflegenden. Ja, was haben wir noch? Vorletzte Woche bin ich in Wien. Das war eine grosse Verabschiedung von einer Direktorin von übergreifenden Ausbildungswesen. Und sie hat sich gewünscht, dass ich zu dieser Verabschiedung das Festreferat halte. Und dann sind wir dann noch ein bisschen in Wien nachschauen. Und das gibt es auch noch, etwa ein Festreferat. Notwil da nächstens ist auch am Abend einfach ein Festreferat. Und dann nicht den ganzen Tag. Also da sieht es immer aus. Es ist nicht immer der ganze Tag. Und das nächste, wo es ist, ist nächste Woche ein Abbezell, wenn es da eingeschrieben ist. Ja, im Moment ist es viel. Ich habe noch eine unwahrscheinliche Regenerationsmöglichkeit. Ich bin am anderen Tag wieder voll da. Ich bin aber froh, dass die Ferien zwischendurch Pause hat. Dabei schreibt sie doch schon vor 20 Jahren. Im Heck des Schiffes schaue ich voller Respekt und Neugierde auf den Einsatz meiner jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Doch ganz glaubt ihr niemand, dass sie je die Hände in den Schoß legen wird. Im kleinen Jünger Geht's euch so gut? Ihr seid mal, wo wir zusammengefallen waren. Ja, komm, Junge. Wir sind doch noch hier zu packen. Was ihr berichtet? Ja. Ich erinnere mich noch an diese Warn. Die werde ich nicht vergessen. Nein, die werde ich nicht vergessen. Die Verkäufer wurde jetzt nicht vor, Vielen Dank.